das kooperationsprinzip von herbert grice gesprächsternehmer sprechen in kommunikationssituationen nicht einfach wild darauf los sie kooperieren miteinander sprecher gestalten ihre äußerungen so dass hörer sie in der jeweiligen situation verstehen können hörer gehen davon aus dass die sprecher etwas sinnvolles sagen das gehörte ist dann die grundlage für die interpretation das kooperationsprinzip regelt also welche gesprächsbeiträge akzeptabel das heißt angemessen sind grice benennen dabei vier konversations maxime in denen das kooperationsprinzip umgesetzt wird quantität qualität relation und modalität die konversations maxime quantität betrifft die menge an informationen die in einem gespräch mitgeteilt wird er stellt hierzu zwei bedingungen auf mache deinen beitrag so informativ wie nötig mache deinen beitrag nicht informativer als nötig die konversations maxime qualität betrifft die wertigkeit der informationen ein verstoß dagegen wäre das bewusste lügen oder wenn man vermutungen als tatsachen hinstellt diese verstöße können die kommunikation beeinträchtigen daher gilt sage nichts was du für falsch hältst sage nichts wofür die angemessene begründungen fehlen die konversations maxime qualität kann also mit der konversations maxime quantität in einem konkurrenzverhältnis stehen wobei man den kontext der kommunikationssituation nicht vernachlässigen darf die konversations maxime relation regelt den bezug der äußerung zum aktuellen beziehungsweise übergreifenden gesprächsthema gesprächsbeiträge sind dann relevant wenn diese in die kommunikationssituation passen die bedingung lautet deshalb sei relevant die konversations maxime modalität betrifft die art und weise eines gesprächsbeitrags beziehungsweise dessen klarheit grise stellt folgende bedingungen für diese maxime auf vermeide ungeläufige ausdrücke vermeide mehrdeutige ausdrücke vermeide unnötig weitschweifende äußerungen und gehe geordnet vor die berücksichtigung dieser konversations maxime kann dabei behilflich sein sprachliche kommunikation zu optimieren und effektiver zu gestalten wird eine konversations maxime verletzt muss man sich anschauen warum der sprecher dies tut derartige gedanken prozesse bei denen man vom gesagten auf das gemeintes schließt nennen grise implikaturen sie verdeutlichen dass vor allem das wissen um die sprecher absicht in konkreten gesprächssituationen unsere alltäglichen kommunikationsprozesse regelt kreated using Paltoon